Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du schnell und easy die Silbertrophäe Fluchteskapaden freischalten kannst. Und hierfür musst du letzten Endes 20 Gerüste zum Einsturz bringen. Und mit diesen Worten geht es jetzt auch direkt mit dem Video los. Als erstes suchst du den jetzigen Spot auf und sobald du dort angekommen bist, wirfst du einfach das Gerüst wie ich gleich im Video um. Nachdem du das Gerüst umgeworfen hast, nutzt du jetzt einfach denselben Schnellreisepunkt wie ich im Video und suchst danach dann erneut das Gerüst auf. Das Gerüst umgeworfen ist. Und diese Herangehensweise nutzt du jetzt einfach so lange, bis du die Silbertrophäe freigeschaltet hast. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich dir zwei Playlists unten im Video eingeblendet. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.